Herzlich Willkommen bei InTune, dem Podcast, der die Klanglandschaft von Melle und Umgebung erkundet. Hier geht es nicht nur um Musik, sondern um die Geschichten hinter den Melodien, die Menschen, die sie schaffen und die Zukunft der Musikszene in dieser einzigartigen Region. Ich bin Alistair Sings und ich freue mich darauf, mit euch in die Welt der lokalen Musik einzutauchen. InTune ist nicht nur ein Podcast, sondern eine Reise durch die kreative Seele von Musikern hier in Melle. In unseren Gesprächen erforschen wir die Anfänger der Musiker, ihre Wurzeln und die Projekte, an denen sie heute arbeiten. Wir fragen nach, wie sich die Musikszene im Laufe der Jahre entwickelt hat. Von den pulsierenden 80ern und 90ern bis zu der Frage, warum es heute so wenige junge Bands in Melle gibt. Aber wir gehen über das Hinterfragen hinaus. Wir stellen uns der Herausforderung, die Bandkultur wiederzubeleben. Was sind die Hürden? Wie können wir gemeinsam eine lebendige und aktive Musikszene in Melle etablieren? Wir werden darüber sprechen, wie man die Vergangenheit ehrt und gleichzeitig den Weg für die Zukunft ebnen kann. Wir werden Ideen erforschen, Barrieren überwinden und eine Gemeinschaft aufbauen, die die Kreativität und den Klang in Melle zum Leben erweckt. Also schließt euch mir an, bei Intune, wo Melodien mehr sind als nur Töne. Sie sind die Schlagader einer lebendigen Gemeinschaft. Lasst uns gemeinsam die Noten der Vergangenheit erkunden und die Harmonien der Zukunft schaffen. Intune, für alle, die die Melle-Rische Musikszene lieben und sie wieder aufblühen sehen wollen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!